In der EU, Medien, Neuigkeiten zu Funk und Fernsehen, Musik, Handverlebnis der 60er wird heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und mit diesem herrlich romantischen, aber doch gut Platzspiel von Ulrike Dornatwellen, bei dem Show, in der ich nicht nur viele Platten vorweisen kann, davon sogar eine aus Wiengapur, sondern auch interessante Nachrichten aus Malta und den belgischen Medien. Doch wir machen weiter mit Tudor, die kommt diesmal von L. Hudson und der Partner You Can Do It. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018